hallo mein name ist miriam zarte und ich wurde gerade hier interviewt bei den helden der achtsamkeit und es war ein so schönes interview ich bin jetzt selber ganz begeistert wir haben gesprochen über das thema achtsamkeit und respekt im alltag mit den tieren für die tiere was können können wir in der heutigen kultur von den tieren lernen und wie gelingt es uns achtsamer und liebevoller mit uns selbst zu sein und in der kommunikation und im zusammenleben in der gemeinschaft oder in der familie mit den kindern mit den tieren mit den pferden ich komme ja aus dem pferdebereich und lade menschen dazu ein sich selbst mehr zu lieben und sich zu erlauben der eigenen vision zu folgen der intuition zu folgen und den eigenen herzens weg zu gehen das heißt dieses herz gespräch mit uns jetzt gerade wird euch inspirieren und hinführen zu einem bewusstsein eurer selbst euch mehr zu lieben mehr zu würdigen und in würde euren weg zu gehen und darin wünsche ich euch ganz viel freude auf eurem ganz individuellen weg in ja auf den weg in die neue erde hinein das ist für mich immer so das thema die hüter der neuen erde die menschen der neuen zeit wie gelingt es uns gemeinschaftlich wieder in würde zu sein zu lieben und zu leben ganz viele liebe grüße von mir dankeschön